Bitte kein Monster, bitte kein Monster, bitte kein Monster, bitte kein Monster. Haben wir die hier schon wieder? Gibt's doch nicht. Hallo. Nicht, der ist schon wieder. Er ist doch irgendwie immer da. Aloha Dai. Ist der auch vorher Aloha Dai? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Hier, mach mal. Katzenpower. So eine richtige Kratzfugie ist das. Zerfleischen. Ja, mach mal. Ist okay. Hauptsache ist das Ding... das Ding geht mal langsam sterben. Oh, das sehe nicht gut für einen Heiler. So. Schockleist ist fast voll. Devalga. Ohje, ohje, ohje. So, jetzt aber. Ähm. Trafda, 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 trafasma, trafda, 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 drauf, da drauf. Okay, was denn drauf habt ihr nicht verstanden? Was drauf oder was? Auf. Ich weiß es nicht. Oh, oh. Komm schon, heilen, 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 heilen. Und jetzt nochmal nur L heilen. Ja, okay, nicht mehr nur L heilen, okay. Gut. Ich mach hier nochmal ein bisschen Schaden raus, rauf, solange die Schockleiste noch voll ist. So. Und dann gucken wir mal. Gegenstände, Phoenix-Feder, Noel. Er hat auch unsere physischen und magischen Resistenzen einfach mal vernichtet. Das finde ich nicht gut. Au. Au. Äh... Gegenstände, Phoenix-Feder, KC's. Oh, oh. Dass sie eine große zerfleischen kommt. Alter. Ihr habt sie doch nicht alle. Eine kleine Heilung für uns alle. Einfach mal ein bisschen gegenheilen. Ich bin fast so nervig wie so ein Gemüse-Pudding-Kaiser. Aber nur fast. Oh. Wir bräuchten eigentlich einen Augmentor oder halt einen Manipulator mal bei Zeiten. Einen guten. Dann müssen wir die halt auch erstmal aufleveln und dafür halt die Items haben und sowas. Alles so Zeug, was ich dann farben muss. Das wird lustig. Das ist so toll. Ja, aber zeitlich. Fraktale Evolution. Ja. Ja, mein Ding. Oh, oh. Nicht gut. Gegenstände-Heil-Trank. 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 Gegenstände heiltragen Ähm, das Problem ist halt auch, dass der Blutungsschaden im Moment viel ist Und so lange ist das so viel echt nervig So Oh 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 Irgendwer von uns wird jetzt ziemlich bald mal wieder verrecken Wenn nicht sogar alle Würde mich nicht wundern Devalga, oje Komm schon, letzten paar Hits Oh Gott, warte So langsam wird's knackig Also ein bisschen Is it dead? Let's get back in When monsters like these are cornered, they cause a space-time vortex to appear and electromagnetic shock usually shuts them down. It's been a while, Sarah. Oh p-p-p-p-p-p-p is that you? Ich bin froh, dass du mich erinnerst. Wer ist das? Oh, ich... Direktor der Akademie, Team Alpha. Ich hoffe, dass ich dein Service bin. Und du? Du musst sein Gnoll sein. Schönes Wissen. Wer hat dir gesagt? Du bist hier mit Sarah ein paar Jahre vorhin, in den Brescia-Ruinen. Insofern, wir analysieren die Garten und vertreten deine Reaktion in diesem Ort. Ich bin ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die Zeit langweilung möglich war. Aber hier bist du. Ich bin wirklich glücklich, dass du sicher bist. Für mich ist es, als ob die Zeit stopt. Jeder, die ich wusste, ist weg. Wer? Wer? Von deinem Sicht, hat es seit du Jahren gesehen, Sarah. Nicht nur Sarah. Snow, auch. Und Saz und dieser Junge. Sie haben alle von meinem Leben disappeared. Es ist jetzt zehn Jahre alt. Ich habe nie gedacht... Als das Paradox kam ein paar Jahre vorhin, dachte ich, wenn ich es lösen würde, vielleicht würden alle zurückkommen. Direktor, Hilfe! Da du bist! Neues Fragment. Aluada Essence. Ich war schockiert, dass die Hoffnung älter geworden ist. Aber er war immer die gleiche Hoffnung, die ich wusste. Ich habe ihn gesagt, dass ich nur die Einheit erinnern habe. Ich habe ihn gesagt, dass ich nur die Einheit erinnern habe, dass ich dein Einheit erinnert, auf dem Planen von Grand Pulse. Ich habe ihn gesagt, dass der Schnee versucht, zu versuchen, dich zu retten, und Faniel und Fang. Und ich habe ihn gesagt, dass der Gnoll ist. Gnoll aus dem Zukunft. Ja, dann mal los. Ja, dann mal los. Was ist denn das? Aha, okay. So, weiter geht's. Er hat halt Zugangsberechtigung. Ja, auch kriegen wir weg. Wie lange ist das? 5 Jahre? Ihr zwei habt überhaupt nicht verändert. Ich hoffe nicht. Und hier sind wir, wieder in Ruinen. Ruinen sind Pläne, wo Erinnerungen wie Schäden. So viele Läder Zeit. Wahrscheinlich das leichtste Ort, für ein Paradox zu passieren. Ja, so können wir jetzt auch was drücken. Hallo. Wir haben die Zukunft in unsere Hand. Wir sind in einer Position, die eine Gesellschaft basiert auf menschliche Technologie. nicht mehr zu dem Winn des Fals. Das ist das Gift, das wir haben gegeben. Mhm, und was mit dir? Gäste von dir, Direktor? Schau dir in da. Danke. Damit haben wir eine tolle Berechtigung erhalten. Da ist ein Item. Ich will das Item. Gib mir das Item. Ähm. Ich hab ein Item. Hey, Dämonensiegel. Hm. Erstmal mit ihr reden. Ja, du hast nicht nachgefragt. Und wer sollte es denn mir glauben? Ich guck mich hier kurz um, ne? Einfach nur für den Fall eines Falles. Denn zum Beispiel ist nämlich nochmal ein Item, das ich gerne haben möchte. Und flupp. Ja, damit. Wer ist der Meister Muckri? Ich hab keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich du, ne? Du bist der Meister Muckri. So, Gizagraut. Yay. Hey. Falls wir irgendwann wieder mit nem Chocobo reiten möchten. So. Weiter im Text. Über die Ruinen, über Lightning, über Sesh, über Snow. Äh, äh. Ruin. Was sind das für Ruin? Ja, ich guck mich. Ich guck mich. Das ist ein Kind von ähnlichen Stadt, nicht wahr? Die Stadt Padra, oder so wie wir glauben. Es war der Zentrum eines Großes Kingdoms, gebaut von einer Nationen wie die Farseers. Die Farseers? Du sagst mir, dass es genug genug ist, um diese ganze Stadt zu bauen? Hm. In unserer Forschung, wir glauben, dass sie eine ganze Nationen constituiert haben. Eine Politik, die von ein Sirrus verringen wurde. Kannst du mich jetzt sehen, hier in diesem Ort? Nein. Na, 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 na. So, diese Nation, Padra? Diese Zeiten sehe, von denen er hier, der Noel, hier irgendwie total angetan ist. Ich habe keine Ahnung. Sie war immer so, Yule. Wenn sie die Zeit lesen, warum sie sterben? Surely sie sehen die Gefahr kommen und tun etwas, um es zu vermeiden. Nein, sie wurden zerstört, weil sie die Zukunft sehen können. Warum? Die Yule-Sirruss-Yule sah die Zukunft der Verstörung dieser Stadt. Einige Bürger wollten versuchen, die Verkaufung der Verkaufung. Andere fühlten sie, dass sie einfach abhauen und weg. Einige fiel in der Verkaufung und haben ihre eigenen Leben. Die Bevölkerung der Verkaufung der Verkaufung wurde. Die Nation wurde verletzt durch eine Wahl civile. Being able to see the future is awfully gefährlich. Sie können mit den Händen. Tell me about it. Die Nation wurde verletzt, und die Survivoren fuhr in den Wildlands, und verletzt mit anderen. Huh. Also, Sie wissen die Geschichte. Oh! Komm schon, Direktor Hope! Ich will ihnen zeigen! Es ist okay, ihnen zeigen sie, nicht wahr? This way. Hier. Das ist, was liegt in der Mitte unserer Paradox. Die Oracle Drive. Wir haben es geplant. Aber... Wie hast du... Sie wissen von diesen Geräten? Oh, ja. Ich habe sie gehört. In... Bücher und Sachen. Die Oracle Drive. Sie sehen, wie ein Art von der Verkaufung. Von den Verkaufungen. Wir haben ein paar Geräten. Aber die Geräten schildern. Die Geräten schildern. Dinge, die nicht möglich sind. Vielleicht sollten Sie sich sehen. Ich nehme, sich damit zu nähen. Das ist, was funktioniert. Und ich habe die Geräten. Ich habe die Geräten. Ich kann nicht das rich, aber wie das funktioniert. Was ist zu tun? Ich habe die Geräten. Ich habe das richtig gemerkt. Ich habe die Geräten. Ich habe die Geräte. Das war's. Das Gerät wurde von einer ältesten Teil der Ruins verwendet. Wir benutzen Methoden Carbon-Dating für die Zeit. Das Gerät und die Bildung im Inneren sind mehrere Jahre alt. Aber es zeigt ein Lichter. Niemand in der Vergangenheit hat diese Vision des Zukunft. Vielleicht war es die Cirrus Yule selbst. Was wir über uns beschäftigen, ist das. Wir müssen die Qualität der Bildung. Was das meine Frau? Ja, ich glaube so. Wir müssen weiterführen, um sicherzustellen. Ist es broken? Nein. Wir testen beide Device und Daten, und alles ist nominal. Aber wenn wir versuchen, die Bildung zu sehen, verstehen wir das. Vielleicht ist es nicht die Bildung, die ist broken. Es ist die Zeit im Moment, in der wir uns befinden. Du sagst, es könnte sein der Paradox. Weil die Zeit im Moment ist gezwungen, das könnte direkt auf die Gerät. Also, wenn der Paradox ist eliminiert, die Zeit im Moment zurückkommt. Dann können wir die Propheze und wissen, wo meine Frau ist. Ja, ich glaube so. Genau. Hier. Das ging einfach. Ein Schwunder-Artefakt. Ah ja. 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 Ja.